Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. I saw my house from space. Not literally, but my life. Yep, there it is. Uh, excuse me? Major Goodwin has a theory that he can tell who's walked in space just by looking at it. It is more than a theory. You keep your eye on this one. She'll show you how it's done. I'm so proud of you. Love you to the moon and back. You know Michael Collins? Of course, Apollo 11. I flew the command module for Neil and Buzz. So you know that after he dropped them, he circled the moon for hours. Inside the module, he wrote, I am now truly alone and absolutely alone from any known life. I am it. Ben, there's Michael. Am I? We're doing that. 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 I'm in. I need to get back up there. I'm not getting any younger. So you're just going to have to work harder. Look at you. Straight arrow. You've never done a thing wrong in your life. I've done plenty of things wrong. Really? Hit me. Dr. Plimpton said you skipped your last recessions. I'm giving everything to this program, to the mission. Kills me to say it, but our girl's been pretty inconsistent recently. Cola aboard. Negative. I can finish. Cola. She's tough cookie. Get the lights off. Not everyone can handle the ride. I'm pulling you out of the running for a ride. No. If I were a man, you would... Excuse me? I know what you're doing, but you're going to lose because I'm a winner. This is not a drill, cadet. Grab your stuff. What are you doing? With her, I'm officially beginning to worry. You're acting so strange. I'm good. All systems go. What's it like up there? Only place where anything makes sense. I hear that. The Senate is now Jacob Lawson, Climate Chief Coordinator of the ISS. I ask you to do it, that the release has almost a hour of delay. Yeah, it's not a fault. I was going to fly out of the All. Thanks to this system, there are natural disasters in the past. We can control our weather. Mr. President, one of our thermosphärischen satellites has over Afghanistan a fail function. What are you doing? We're going to turn off all the satellites. I don't have to remember how many people are dying through the climate crisis. I wish no more than any of them. You're going to go back to the All? I'm going back again. I'm going back. Good trip, sir. And don't forget to go back. Hauptsiedler start. Das ist Mr. Jake Lawson. Der? Jake Lawson? Sie sehen viel älter aus, als ich gedacht hätte. Ich meine, Sie sehen gut aus. Bin ich jetzt gefeuert? Mein Zugang ist blockiert. Ein Satellit kann mal schlechten Empfang haben. Nicht ein Satellit. Alle. Das war keine Fehlfunktion. Das war Absicht. Es kann weltweit zu katastrophalen Wetterereignissen kommen. Ein Geostorm. Wir müssen das System abschalten. Der Einzige, der die Killcodes hat, ist der Präsident. Du musst mir helfen. Sie setzen eine Secret Service Agentin unter Druck? Ist das ein Witz? Wir entführen den Präsidenten in einem selbstfahrenden Taxi? Jake, wenn du es nicht schaffst, schafft es keiner. Drei. Zwei. Eins. Komm, schau, Penny. Sie gehen hoch, Fahrrad. Das ist die Nascar. Hochfahrrad, oh ja. Ich entführe den Präsidenten, stehle Staatsgeheimnisse. Hab ich was vergessen, Schatz? Schatz? Festhalten! Heiraten Sie sie. Hey, watch. Take off, take off, take off. Hey, you know if that coast is coming again? Yeah, I think so. Have your thing out there. We'll talk more when you come up next week. All right, coach. Hey, honey. Oh, Saint! What's going on? Oh, man, just having a little celebration. It looks like I'm going to get that promotion as senior manager. No way. Yep. Anthony, can I see you? We haven't received your tuition check for second semester. I don't want to stress on mom. I know she's working like a thousand hours a week, so... Man, you did the right thing. What's happening on the college front? You have the talent, Anthony. Instead of getting big in the big moment... Let them fail you! You get small. I fight hard for my scholarships. I'm looking for someone who will stand out. We need one. That's our white boy. I feel that anger. Rage. Rage! Long time no talk. Missing your stage plan at home. There's no way they're going to lose. I know you drained the college account. How much do you want to put down? 30. How much do you owe? You want me to wait around till you feel like you can share anything with me? It's all going to work out for the best. You always think that. You hit it. And my heart Is as cold as stone We give ourselves a shining star We're all alone All alone I'm all out of love I'm so lost I love you I know you were right Schmach die scheiß Kellen! I have Gackel in my pants. That could also be me. Oh, your life is a dream, DP. Yeah. They lack me from Arsh-Attitude. Kräftige Schenkel. Wunderschöne Freundin. Entschuldige the Spatum. I've got the whole gluten on the world and it's all geschossen, wo's uns nie wieder schaden kann. Gib mir einen Kuss und red keinen Stoß, Red. Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Kabel. Ich will den Jungen. Was? Den Jungen? Aus dem Weg oder stürme. Kinder geben uns die Möglichkeit, bessere Menschen zu sein. Er braucht dich. Du bist tausendmal klüger, als ich aussehe. Ich lasse nicht zu, dass Kabel den Jungen tötet. Aber ich schaffe das nicht allein. Sprechst du mal lauter? Mit dem Mini-Schwanz im Mund bist du kaum zu verstehen. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Sie muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um zehn Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns Ex-Force. Ist das nicht ein bisschen einfallslos? Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen. Sagt mir, dass die das in Slow-Motion draufhaben. Das Richtige zu tun ist eine Sauerei. Aber im Kampf für das Richtige muss man manchmal schmutzig kämpfen. Und das ist der Grund, weswegen eine für vier absolute Pornografie ist. Ich wünschte, ich hätte das College abgeschlossen. Der zweite ist noch besser. Doppeldaumen hoch. Fangen Dritten machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss. Arthur, hilft es dir, jemanden zum Reden zu haben? Meine Mutter sagt immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen. Sie hat gesagt, ich hätte eine Bestimmung. Lachen und Freude in die Welt zu bringen. Hey! Kassel, zieh! Wählt ich mir das nur ein? Oder wird die Welt immer verrückter? Was? Lachen und Freude in die Welt. Lachen. Lachen. Was ist so lustig? Frick! Gotham ist vom Weg abgekommen. Welcher Feigling begeht so eine kaltblütige Tat? Einer, der sich hinter einer Maske versteckt. Ich dachte immer, mein Leben wäre eine Tragödie. Aber jetzt weiß ich, es ist eine Komödie. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.